Mit diesem Gemüse, der Erbse, konnten Chemiker der Universität Sevilla biologisch abbaubares Plastik produzieren. Tiene muy buenas propiedades que se pueden comparar con la del Polietileno. El Polietileno se utiliza en todo tipo de empacajes, por ejemplo. También tiene aplicaciones en casulación, diferentes aplicaciones en industria farmacéutica, en electrónica. Die Wissenschaftler nutzten die große Menge vorhandener Proteine in der Erbsenhülse, die sonst im Abfall enden. Sie nutzen nur ein konzentriertes Protein der Hülsen und Glycerin. Eliminar lo que es un Residuo y transformar lo que es ese Residuo en un producto de alto valor añadido. Eso que ganamos todos. Que ese producto de valor añadido, a diferencia de los plásticos convencionales, es totalmente biodegradable. Con lo cual nos quitamos el gran problema de acumulación de plástico que tenemos actualmente. Die Proteine werden mit Glycerin gemischt und binnen Minuten entsteht diese Masse. Dann kommt sie in den Injektor. Je nach Temperatur entsteht ein Plastik mit unterschiedlichen Qualitäten, ob für Verpackungen, Gele oder Kapseln. Das Projekt stammt von diesem jungen Forscher, der dem Thema seine Bachelorarbeit widmete. Im Labor führen sie Studien zur Flexibilität und Widerstand des Materials durch, um es in die Industrie zu bringen. Sie arbeiten auch mit der Sojabohne. Dank ihrer Saugfähigkeit erforschen sie die Möglichkeit der Herstellung von ökologischen Windeln. Aber das ist eine andere Geschichte. Danke.